So Jenny, bevor wir das Jutta-Intro starten, kurz nachgucken, weißt du, bei welcher Folge wir sind? Nee. Warte, Spotify, äh, 220, 220, äh, und bevor wir loslegen, ich muss noch ganz kurz Be Real machen, Entschuldigung, ich hab's gerade verschlafen, als es kam, und jetzt, weißt du, ich kann hier schön diese Maschine da fotografieren, weißt du, die mit den Geräuschen? Ja, 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 mach dein Foto, dass es losgeht. Warte, jetzt geht's los, draufdrücken, lächeln, senden. Aber dann denken alle hier, das ist eine Mickey-Maus-Veranstaltung, weil das sieht aus wie das Xylophon aus dem Kindergarten. Ach, Quatsch, das sieht voll professionell aus jetzt. Maul, das war teuer, es hat 700 Tacken gekostet. Das ist die schmutzige Wahrheit. Warte mal, ich schreibe noch dazu, Teaser für den Pferde-Podcast aufnehmen. So, weiß die bucklige Verwandtschaft Bescheid. Und ich starte mal unser fantastisches Jutta-Intro, okay? Und dann geht's los mit dem Teaser, oder? Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, wieso hören bei uns eigentlich jede Woche immer so viele Menschen zu? Ich glaube, ich weiß warum. Weil du, und das muss man mal ehrlich so sagen, dann doch auch immer wieder verrückte Dinge mit deinen Pferden veranstaltest und die Leute wissen wollen, was hat sie diese Woche denn wieder angestellt? Also, was du diese Woche mit ACDC zum Beispiel gemacht hast und seiner Nase, seinem Furunkel, oder was war das? Ja, ein Abszess. Abszess. Bitte nicht googeln, weil wir essen zeitig. An der Nase, was du mit dem veranstaltet hast. Also, als ich das gehört habe, da musste ich mich ja schon erstmal hinsetzen. Und zwar, wir hatten es in der letzten Folge davon, ich hatte einen verletzten Fuß, einen entzündeten großen Zeh, um genau zu sein. Eine Nagelbettentzündung. Ich erspare die ekligen Einzelheiten, aber ich war in der Apotheke und habe mir eine Salbe besorgt, Zugsalbe, um genau zu sein. Und habe beim ersten Auftragen den Fehler gemacht, meinen Finger dafür zu benutzen und dachte, okay, das Konzept dieser Salbe ist es, den Fuß einzuteeren. Also, theoretisch, die Atom-Endlager-Problematik wäre auch, weißt du, eigentlich ist es gelöst. Man schmiert es alles mit dieser Salbe ein, es ist eingeteert und fertig. Da strahlt nichts mehr. So, so weit, so gut für meinen Fuß. Aber was, du hast jetzt diese Salbe genommen und sie dem armen ACDC, muss man sagen, diese Salbe, die stinkt wie so eine frisch geteerte Straße und das hast du dem auf die Nase geschmiert. Ja, weil es war noch nicht so, also es war immer noch so ein bisschen drin in diesem, also der Abszess war noch nicht so ganz draußen. Ich habe ja jeden Tag mit Beta-Isa-Donner-Lösung, hat meine Stallkollegin in dieses Loch gespritzt. Ich kann das ja nicht so die Spritze da reinstecken und dann, oh. Aber Beta-Isa-Donner, das klingt doch schon nach Lavendelblütenduft und meine Salbe ist halt her, das wollen wir jetzt mal festhalten. Ja, aber es ist immer wieder zugekrustet und deswegen konnte der Eiter nicht so richtig raus. Und dann habe ich gestern, habe ich diese Zugsalbe auf die Nase geschmiert und heute ist der Eiter da rausgelaufen. Das war ein bisschen eklig nochmal, aber es wird besser, also es ist fast draußen alles. Aber ich muss ja auch dahin fragen, wo es wehtut. Was hat es denn geruchstechnisch mit den beiden Pferden gemacht, sage ich jetzt mal? Also AC, DC und Kleck sind ja normalerweise sehr eng. Ahnst du, worauf ich hinaus will? Die haben jetzt nicht geknutscht und so, aber die, ja, die waren schon trotzdem auch eng. AC hat es gar nichts ausgemacht, der hat auch seine geteerte Nase in seine Futterschüssel gesteckt und Hand gefressen. Aber Klecks hat schon mal gerochen auch und hat es deutlich gemacht. Genau, Klecksi hat dann das erste Mal so hin und den Kopf so hingestreckt und wirklich so und ist zurückgegangen und hat, der riecht komisch. Können wir die Folge oder diese Mini-Folge, diese Teaser-Folge das Müflon nennen vielleicht? Das Müflon, ja. Gut. Die Stinknase. Hätten wir das auch. Frage, du hast mir erzählt, eigentlich wolltest du ja auch mit AC, DC oder du hattest so mit dem Gedanken gespielt, jetzt am jetzt kommenden Wochenende mit AC, DC auf einem Turnier zu starten. Ist es diese Salbe, die dafür verantwortlich ist, dass das nicht geht? Nein, er hat ja am Wochenende Schmerzmittel bekommen und da hat man eine Wartezeit von neun Tagen und das wären nur sechs gewesen. Also es wäre nochmal eine L-Tressur auf 60er-Vieieck gewesen in der Halle. Das hätte ich gerne nochmal probiert, ein bisschen weiter weg auch wieder. Ich hätte wieder anderthalb Stunden fahren müssen, aber ich hätte das in Kauf genommen. Aber das Risiko, also man sagt zwar schon, dass das innerhalb von 72 Stunden der Wirkstoff abgebaut ist, aber laut FN neun Tage Wartezeit und das Risiko, das ist mir einfach zu groß für eine L-Tressur. Also dann bin ich raus, wenn sie mich erwischen. Ja, okay. Und, alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Ich habe einfach auf felby.de geschaut. Da gibt es ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten. Für Hund und Katz gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei Felby vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Du weißt doch, dass Wuschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei Felby gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung, auch für dich, von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjellreven, Bergans oder Derbe, für die nächste Gassirunde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop für dein Tier und für dich. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felby.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felby, für die beste Zeit mit deinem Tier. Aber du sagst, rein körperlich ist er wieder, und die Nase ist ja jetzt auch kein Riesenhandicap oder so. Also rein körperlich wäre er in der Lage, das zu machen. Aber aus Vorsicht mit diesem Medikament, das ist der Grund, warum das jetzt nicht passt. Genau. Und in der Halle hatte er immer nicht so viele Probleme mit dem Husten. Und deswegen hätte ich das mal gewagt. Aber ist nicht, wegen ist nicht. Jenny Loretta aus Bauersucht Frau hat nochmal geschrieben und hat nochmal sich bedankt per Mail. Und wie schön doch alles war. Ich weiß gar nicht, ob du es gelesen hast. Und der Storchenhof sei bereit für die Verlängerung unseres Ehegelübdes. Ich überlege mir das nochmal. Jetzt, wo es ernst werden würde. Kann ich nochmal die Stelle mit den schlechten Tagen hören vorher? Der Klassiker. Worüber sprechen wir noch am Montag in der großen Sendung? Es ist so, und das hast du, glaube ich, nicht zur Kenntnis genommen. Es gibt wahnsinnig viel Hörerinnen-Feedback über diese Spotify-App. Wahnsinn. Also wir haben, ich glaube, insgesamt fünf Kommentare bekommen und auch konkrete Fragen. Ich würde vorschlagen, ich kann ja mal die Fragen vorlesen. Und einem Mädel können wir vielleicht sofort helfen. Das hat schon eine gewisse Tradition. Und bei den anderen Fragen, da können wir dann überlegen, ob wir uns in der Sendung am Montag damit beschäftigen. Okay. Habe ich eine Wahl? Nein, du hast keine Wahl. Kannst du dich an Anna erinnern, die gefragt hatte, wie man eigentlich richtig auf dem Po sitzt? Ja. Ja, das hatten wir beantwortet. Das hatten wir beantwortet, aber es ist ja nicht so, dass es nur eine Frage gibt auf der Welt. Anna hat sich nochmal gemeldet und hat Folgendes geschrieben. Danke, ich fand die Folge super. Ich war total überrascht, als ihr mich drangenommen habt. Ich hätte noch ein paar Fragen. Zum Beispiel. Ein paar. Ein paar. Wie man den Sattel auf ein höheres Pferd hebt, als man selbst groß ist. Also sie drückt es ein bisschen wörtlich. Wie man den Sattel auf ein höheres Pferde, als man selbst. Das ist schwer. Man ahnt, was sie meint. Ja, aber das ist einfach zu beantworten. Ist das so? Ah, nimm dir doch ein Höckerchen. So, Anna. Und her mit den anderen Fragen noch. Es gibt ja offensichtlich noch mehr. Zweite Frage jedenfalls auch beantwortet. Übrigens, by the way, und das nur als Fußnote, was auch geht. Man muss nicht unbedingt uns eine Frage stellen. Man kann auch einfach schreiben, wie das eine andere Hörerin oder Hörer gemacht hat. Geil. Also auf die Frage, wie hat dir die Folge gefallen? Also finde ich auch gut. Und signalisiert uns, alles klar, wir senden nicht ins Leere und macht halt auch weniger Arbeit. Oder wie das zum Beispiel hier Selma, Selmal, Selmal getan hat vor zwei Tagen. Ihr habe die Folge sehr gut gefallen. Und ich glaube, dass alleine vom Zuhören etwas fürs Reiten hängen bleibt. Das ist doch auch schön, oder? Ja, absolut. Das ist ja der Sinn unseres Podcasts. Finde ich auch. Etwas bleibt immer hängen. Gibt es eigentlich auch böse Nachrichten oder ignorieren wir die einfach weg? Nein, also die ignorieren wir nicht weg, aber es gibt tatsächlich im Moment keine. Gibt es immer wieder mal irgendwie, aber im Moment ist glücklicherweise sind die Hater. Also meine lieblingsböse Nachricht ist ja nach wie vor die, ich hasse Pferde mit so fünf Kotz-Smileys, aber ich mag eure Stimmen. Also da ist quasi... Der war der Geilste. Der war geil, genau. So, hier ist noch einer. Hallo, ich bin Reitanfängerin und bin am Freitag das erste Mal galoppiert und habe dabei Probleme richtig zu sitzen, bin fast runtergefallen. Ich reite ein relativ großes Pony. Haben Sie Tipps? Da kannst du ja mal drüber nachdenken für Montag. Und dann hat sich Edda noch gemeldet. Mal wieder eine wirklich tolle Folge. Mein Pflegepferd Contessa ist sehr schreckhaft. Habt ihr Tipps, wie ich sie ruhiger reiten könnte? Da kannst du ja glaube ich auch ein Lied von singen, ne? Ah ja, der steht jetzt auf der Rentnerwiese. Pferden. Ach stimmt. Das schreckhafte Pferd. Das war ja der größte Patient. Aber du hast ja noch, es ist ja nicht so, dass es nur einen Patienten gibt in deiner Sammlung. Es gibt auch welche mit so Patientenphasen, ne? Ja, sie sind alle unterschiedlich. Also wir suchen uns ein bisschen was aus dem Hörerfeedback noch raus, oder? Was wir beantworten, ist ja ein bisschen Auswahl jetzt da. Die Anna nimmt sich ein Höckerchen und alle anderen haben ein schönes Wochenende, würde ich vorschlagen. Und dann hören wir uns am Montag in der Sendung, in der langen Pferde-Podcast-Folge. Bis dahin. Du siehst aber voll hässlich aus auf deinem Be-Real-Foto. Na, danke. Oh mein Gott, da kriegt man ja Angst. Tschüss. Tschüss.